Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder. Euer Odin und ich begrüße euch ja zum neuen Unboxing und danach natürlich Hardware-Video und Hardware-Check-Video. Und diesmal wollen wir ein Gimbal testen von Hohem. Ich zeig euch das mal. Ich werde auch gleich umbauen und also mit der Sicht nach unten, damit wir das vernünftig anboxen können und die Hardware uns vernünftig angucken können und dann wollen wir das natürlich auch testen, ob das auch klappt. Das ist natürlich dann für die Vlogs in Zukunft oder wenn ich wieder mit Lofen oder so mit dem Handy aufnehme, dass es dann nicht mehr so wackelt. Und durch mein Tatterich und so, das sollte das dann die Qualität für die nächsten Videos dann auf jeden Fall steigern. Hoffe ich doch. Ich habe auch noch ein anderes, das werden wir danach machen. Das ist für so eine kleine Cam, für so ein, ach ich komme jetzt nicht auf den Namen. Diese kleinen Viereckchen. Die borge ich mir dafür von meiner Tochter aus, um zu testen, ob das alles funktioniert. Ja, dann würde ich sagen, dann switchen wir mal in die andere Ansicht. So, da sind wir auch schon in einer anderen Ansicht und wir müssen das erstmal ausprobieren. Dafür brauchen wir erstmal das Messer. Das ist mein allererstes Gimbal. Bin sehr gespannt, aber ich hatte schon immer vor, mir so ein Teil mal zu holen und da kam das Angebot gerade recht. Oh, mit einer Tasche. Oh, schick. Kann ich jetzt einmal in ein Kamerafach packen und habe dann nicht alle einzeln, da habe ich schön in der Tasche. Wir können uns auch noch mal hier angucken. Hier ist ein Gimbal drauf, die Kamera. 600 Grad geht es oben rum. Hier haben wir dann zu der Facebook-Seite. Das wird wahrscheinlich zu einer Software führen. Da steht nur Hohlem und hier haben wir dann den nochmal komplett in den Gimbal. Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich, wirklich gespannt. Ich schiebe das mal so ein bisschen beiseite. Damit wir hier kleben. Ich glaube nicht, dass das so kleben sollte. Da wird so ein Sicherheitsstreifen ab sein. Den werden wir mal beiseite legen. Ach, unten ist der Strich. Englisch, japanisch, 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 deutsch. Also deutsch haben wir auch mit bei. Wir haben wir mal aufklappen, die Seite. Damit wartet ihr nachher auch schneller wiederfinden. Dann haben wir hier nochmal. Das machen wir dann alles im Hardware-Video. Wir gucken uns jetzt erstmal anpacken, erstmal aus. Achso, wie war das? Ah, okay. Wie war das alles befestigen? Und, also das Handy? Ich werde vorher gleich dann mal noch mit dem Handy die Software runterladen. Ich muss es wahrscheinlich dann auch erstmal laden. Ich glaube nicht, dass da so viel Strom drauf sein wird. Aha. Eins. Ach, hier ist das Stromkabel. USB. Auch kurz und knapp. Brauche ich nicht so groß sein. Oh, USB-C. USB-C. Schöne Sache. Hier ist das Gimbal. Dann halt noch so eine Packung, damit das halt nicht. Aha. Also Verarbeitung sieht sehr gut aus. Auch vom Griff. Macht das einen sehr wertigen Eindruck. Okay. Was ich schön finde, ist, das ist hier vorne gummiert. Da könnt ihr mal zur Sicherheit gucken, ob Strom drauf ist. Ja, ist sogar ein bisschen Strom drauf. Also drei Lampen leuchten. Warum? Huh? 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 Versucht sich auszurichten. Coole Sache. Machen wir mal aus. Jetzt ist es aus, aber das zeigt halt nur an, dass die Batteriestatus, drei Lampen leuchten voll und die vierte Ohm nicht mehr so hell. Also ich bin so, also von der Haptik bin ich hier sehr begeistert, muss ich sagen. So, dann werden wir mal. Na, das ist bei dem Xiaomi jetzt ein bisschen doof, weil das mache ich dann immer über die Xiaomi App. Und dann nimmst du den Mi Browser. Yes. Google Play. Aber ich bin hier, also ich bin jetzt, hab das jetzt gescannt und komme dann zu einer Webseite, wo dann halt oben steht, Hohem Gimbal und dann halt was in Englisch und dann könnte ich jetzt den Apple App Store öffnen oder hier ganz unten steht dann nochmal den Google Store. Da kommen wir auch direkt in den Apple Store. Wir brauchen aber Google. Da kommen wir in den Google Store. Da haben wir die gleichen Bilder. An den Apple Store fand ich gerade ein bisschen schöner aufgebaut. Muss ich dazu mal sagen. Mit Haufen Einstellungen. Na, wir laden den einfach mal runter. So, und jetzt lädt es runter. Dann können wir im nächsten Video das auch mal testen, wie das alles funktioniert. Ich packe das jetzt erstmal wieder hier halbwegs ein, damit das nicht rumliegt. Ich muss auch meine Lesebrille noch holen. Und nochmal ein bisschen zum Lesen. Wo das jetzt hingehört, habe ich noch keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wolltet ihr abmachen. Ah, das ist jetzt gummiert. Aber ich habe hier, ich habe jetzt noch nicht gesehen, wo das ran soll. Ich habe jetzt praktisch, ah, hier habe ich den Ladekabel gefunden. Da ist der USB-C-Kabel. Und ein USB-Kabel. Wozu der sein soll, habe ich keine Ahnung, ob man damit auch laden kann. Langsam denn oder so, ich weiß es nicht. Das muss man in der Anleitung nachlesen. Hier vorne lasse ich mal die Schutzfolie drauf. Das ist mir nichts. Ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich im Hardware-Video. Bis dahin, Ahoi. Sagt euer Odin. 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 Odin.